Slicks ready Freunde des Vandalismus Servus Eilen Servus Eilen Servus Eilen Servus Wir sind wieder Sexes Und heute In Brannertal In Elias seiner Second First Heimat Ja genau Wir haben uns etwas spezielles überlegt Die haben da so Mountain Karts Und wir haben uns gedacht Wir machen mal ein Rennen Wer der schnellste Mountain Kart Renn Racer Mountain Bike Racer ist Genau Mann gegen Mann Eins gegen eins Um den Titel geht es heute Und später gibt es noch den Whip Contest Heute am Abend ist der Whip Contest Ich freue mich schon richtig Ich mich auch Schauen wir mal wer da gewinnt Wir wünschen euch wieder sehr sehr viel Spaß Wir haben hier einen Runner Eilen So Six Series ist in der Haus Okay So Eilen Jetzt fangen wir auf die Kart Schaut euch die Teile mal Gepimpt natürlich mit Six Series Sticker Bei unserem Stickerbogen Born to Ride Wuuu Elias hat sich drauf Yo Das sind echt geile Teile Kurzer Check Das sind Slicks Extra Vollbumi Reifen Mit tollem Profil Wir haben da Magura MT7 Genau 7 Zoll Felgen Magura MT7 Bremsen MT7 Raceline Bremsen In dem schönen Silber Pedale sind natürlich von Crankbrothers Wie man sehen kann Steuersatz Vorbar ist von Hope Ganz klarer Fall Protektion von Pock Natürlich von Pock Reifendruck fahren wir so ca 2, 2,5 bar je nachdem wie Also ich spekuliere Ich habe nämlich aufbohnt bis auf 3,5 Ja, schau an Ja, ja Aber da fehlt denn dafür der Griptab dabei Ja Rahmen ist äh Specialized Es works Voll Carbon Okay Leidl We are ready Das ist ein Flätz gell Kann ich klickst das mal Bisschen ungewohnt für Elias Ich bin ready Ich bin ready Das ist mein Hausberg Ja Okay 3,2,1 Go Okay Auf gehts Leidl Alter Wie geht das dass er so schnell da rollt Okay Ich schau dass ich ihm in seinen Windschotten hau Wohohoho Wohoho Wohoho Okay Ich muss mich ein bisschen an das Gerät hineinpaschen Einpaschen Jan ist noch nicht ganz unter Kontrolle Leichte Fahrschwierigkeiten bis jetzt Ich warte ein bisschen bis er wieder kommt Wir werden so schnell Ja genau Vergewっちゃg Ey Zei Zei Karten ruhig schneller So aber jetzt probieren wir mal komplett Inside oh So, back in the game, jetzt gehts wieder umwärts. Alter. Alter! Ah! 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 Jawohl! 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 Der ist echt nicht schlecht unterwegs auf dem Teil. Okay. Oh nein! Oh nein! Achtung, 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 Achtung Er tolle mal uns den Ohr Das gibt's ja nicht Jetzt sind wir hart aufgreifst, Alter, ja, nein, das gibt es echt, das gibt es echt, das gibt es echt, ich glaube, der Lias hat gerade echt seine erste Challenge über gewonnen, ja, herzliche Gratulation, wir haben uns echt noch das Sausig gesessen, wir haben echt so viel Spaß mal mit der Teile, Alter, und jetzt geht es auch zum Milchentäsch, oder? Ja, vielen Dank, viel Spaß, gratulation nochmal, danke, bedeutet noch viel, und jetzt geht es auch noch zuerst, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020